Mit dem Kapsch Contemporary Artpreis haben die Kapsch Group und das MUMOG ein Fundament für eine nachhaltige Förderung junger, in Österreich lebender Künstlerinnen und Künstler geschaffen. Die Kapsch Group und das MUMOG sind ideale Partner, denn beide sind innovativ, zukunftsorientiert und stets bemüht, neue Entwicklungen aufzuspüren. Kunstsponsoring ist mir extrem wichtig. Wir haben das in der Vergangenheit bereits getan mit unserem Projekt Changing Views und wir haben jetzt unser Konzept umgestellt in den Kapsch Contemporary Artpreis. Dieser Artpreis soll den Künstlern helfen, präsent zu sein, präsent zu sein im Museum und präsent zu sein auf einer internationalen Ebene. Und damit können wir helfen, die Kunst und die Künstler weiterzuentwickeln. Das ist eine gesellschaftspolitische Verantwortung und es ist aber natürlich auch Freude für uns. Der Kapsch Contemporary Artpreis ist mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro dotiert und mit einer Ausstellung in MUMOG, einem Katalog und einem Ankauf der Kapsch Group wird die Sammlung des MUMOG verbunden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass diese ersten musealen Einzelausstellungen für viele junge Künstlerinnen und Künstler ein erstes Sprungbrett in eine internationale Karriere waren.